Grüße, 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 Grüße. Die Oma hat mir geholfen zur Ur-Oma. Gell? Morgen ist die Mama Oma in Innsbruck. Bei der Ur-Oma. Da nimmt sie die Foto mit. Die neuen Foto von dir. Die Oma hat mir die Foto geholt. Ganz hübsche Foto von dir. Gell? Ja, was die Oma gemacht hat von dir in der Badewanke? Du bist ja so eine liebe Nasse Maus. Die Oma hat mir geholfen. Gell? Okay, sag Papa Oma. Papa Martin. Papa Martin. Papa Dorsen. Papa Svenja. Gib doch meine Pussy. Gib doch meine Pussy. Gib doch meine Pussy.